Hallo Leute auf YouTube. Ich habe mir noch etwas ganz witziges bestellt. Eine Mini Waage. Da. Wollen wir die mal auspacken? Die hat so blöd eingeschweißt hier. Ich kriege die Krise. Ist das ein witziges Ding. Das Ding ist ja witzig. Zusammen geklappt, zwölfeinhalb ungefähr in der Länge und sechseinhalb in der Breite. 40,8 Gramm. Das ist ja witziges Ding. Da. Das ist ja wohl geil, oder? Das ist aber wirklich geil, das Ding. Das ist ja witziges Ding. Witziges Ding. 40,8 Gramm wiegt der Zollstock. Das Ding hier wiegt 34,0 Gramm. Die Schere. 65,9 Gramm. Das Ding ist ja echt witzig. War auch gar nicht teuer. Was kam das? 8,9 Euro nur. Da tue ich euch unten in die Videobeschreibung rein. So. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schöner wärs natürlich für ein Abo. Abo kostet auch nix. Tut auch nicht weh. Ciao.